Heavens California Oh hallo Scheiße, haben Sie gerade meinen Wagen gerammt? Hey, wir wollen Sie nur anhalten, um Ihnen mitzuteilen. Sie haben da links an der Seite in Ihrem Fahrzeug einen Kratzer Ja... Ja, entschuldigen Sie mich einen kleinen Moment bitte Der Stroh? Der Stroh? Der ist auf Klo Du durchzustehen Ne, ich möchte doch sein... Schönen guten Tag Ja, guten Tag Ich gebe Ihnen mal nicht die Hand Legen Sie mal bitte Ihren Personalausweis hier vorne auf die Motorhaube Warum? Habe ich was falsch gemacht, Sir? Das erzähle ich Ihnen jetzt gleich Allgemeine Personenkontrolle Oh, allgemeine... Ja Einmal den Personalausweis nicht mitgeben, legen Sie den Personalausweis auf die Motorhaube Aber erst würde ich gerne wissen, wer Sie sind Ja, ich zeige Ihnen den, ich lege Ihnen meinen Dienstalausweis auch hier vorne auf die Motorhaube Ja Oh, Herr... Herr... Was ist das für ein Name? Bitte? Ich zeige Ihnen einfach mal meinen Ausweis, okay? Ich lege ihn einfach... Ja, einfach da hinlegen So... Oh... So, ist er besser? Der hier... Kolesi Kolesi, genau Er... Sie waren leicht, als hätten Sie irgendwie was intus Haben Sie irgendwas zu verbergen? Schnell, langsam, links, rechts, Schlangenlinien Oder mussten Sie einfach nur Todes trinken auf Toilette? Ich muss... Unbedingt... Auf die Toilette, Sir Ja, ich verstehe Ja Haben Sie zufällig in der letzten Zeit einen Döner gegessen? Nein Wieso? Eirat getrunken? Oh Gott, nee, sowas trinke ich nicht D'accord, nur noch für Information Ja Okay, alles klar, dann wollen wir Sie auch nicht länger stören Nee, 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 also... Ich würde Ihnen... Ich würde Ihnen... Kommen Sie mal bitte her, ich zeig Ihnen was Ja, bitte Ja, die Kollegin vielleicht auch Bitte Oh... Oh Gott, das tut mir jetzt schon leid Nicht nachgesprachen Ja, sehen Sie... Meine Jackentasche rechts Die Beule Was genau ist das? Das... Eine geladene Waffe, die auf Sie zeigt, Sir Also... Bitte... Machen Sie keinen Unsinn, verhalten Sie sich ruhig Und... Jetzt ähm... Sie... Sie ziehen mit einer geladenen Waffe auf mich Sie... In meine Jackentasche Was genau ist Ihre Forderung? Warum ziehen Sie mit dieser geladenen Waffe auf mich? Weil... Wir eine kleine Spritztür machen werden Eine Spritztür machen? Wo... Wohin... Wollen Sie eine Spritztür machen? Weiß ich noch nicht Finden wir es raus Ich würde ganz gerne einen Appen essen und trinken Darf ich? Ja... Aber... Nicht erschrecken, ich gucke in meiner Tasche nach den Brötchen Das... Ja... Okay, okay... Das ist okay Gut... Sie auch nochmal? Sie... Ich muss nicht mehr essen und trinken Sollen wir in... Ihren komischen Twingo jetzt gleich einsteigen Oder... Sollen wir unseren Charger nehmen? Auch mit dem E-Fahrzeug Der ist schneller Also... Los geht die wilde Fahrt Sie fahren Ich soll fahren Oder sie... Ist mir egal Ich fahr nicht Wohin soll ich denn fahren? Erstmal wieder auf die Straße Was genau haben Sie vor? Ich bin genauso gespannt wie Sie Worauf gespannt? Sie... Sie halten uns eine... Geladene Pistole vor? Genau Vergessen Sie das bitte nicht Wenn Sie funken Funken Sie nichts Nichts... Verdächtiges Ich werde... Mein Funkgerät überhaupt gar nicht benutzen Okay Ich... Aber wenn Sie angefunkt werden Oder so Ob alles in Ordnung wäre Dann würden Sie einfach sagen Ja Okay... Aber es gibt... Für keinen meiner Kollegen Gibt's einen Grund Mich anzufunken Und zu fragen Ob alles in Ordnung ist Die gehen davon aus Dass ich ganz normal auf Streifendienst bin Umso besser Dann wird hoffentlich niemandem was passieren Dann wird hoffentlich niemandem was passieren Dann wird hoffentlich niemandem was passieren Wohin genau soll's hin gehen? Ja... Auf befestigte Straße, Sir Auf befestigte Straße So verstanden Ich weiß nicht... Fahren wir mal Richtung Georgetown oder so Mal schauen Sie haben aber nicht vor mir oder meiner Kollegin was anzutun, oder? Also... Das würde ich wirklich sehr ungern machen Recht oder links? Rechts Was genau haben Sie denn in Georgetown vor? Ich... Hab nix in Georgetown vor Ich will nur mal die Straßen abfahren Wir werden... Jetzt nach einem... Straße Ausschau halten, okay? Sind Sie sicher, dass Sie denn wollen? Sie wirken sehr unorganisiert Da haben Sie völlig recht Sie wollen doch nicht ins Gefängnis Am besten Sie lassen dem jetzt bleiben Und wir gehen einfach wieder Nö, 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 nö Nö, nö Ich entscheide, wann Sie gehen Was halten Sie davon, wenn wir einfach... Wenn wir Sie hier einfach rauslassen Wir fahren weiter Sie packen Ihre Pistole ein Und alles ist gut Nö Nö Irgendwelche Forderungen, die Sie haben Ja Ja Was wollen Sie denn? Also, ich brauche Geld Sie wollen Geld haben Aber nicht von Ihnen, keine Sorge Von wem wollen Sie das Geld? Nun... Wir werden jetzt jemanden finden, der viel zu schnell gefahren ist Dann werden Sie ihm ein Ticket ausstellen Stopp your vehicle, please Oh oh Driver, stop your vehicle Oh oh Wir werden gerade angehalten Die Kollegen wissen nicht, dass wir in diesem... Fahrzeug sind, weil wir undercover unterwegs sind Wie sollen wir Ihrer Meinung nach vorgehen? Sollen wir anhalten und so tun, als wär nichts? Ja Bleiben Sie mal bitte stehen Ja Einfach... So tun, als wär nix Oh 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 FBI-Kollegen Meint sich schon wieder nicht im Funk Ja Mir brauchst du was n' so rein Ich hab mein Funkgerät irgendwie ziemlich leise heute Okay Haben Sie einen Einsatz oder so, oder warum haben Sie einen Herrn hinten? Das kann der Herr Ihnen vielleicht am besten selbst erklären, warum der hinten bei uns im Fahrzeug sitzt Ja, ja, das kann ich Also, mein Wagen hatte einen kleinen Unfall und die Herren wollten mich zum Marktplatz mitnehmen, damit ich mir Werkzeug kaufen kann Das war wirklich sehr aufmerksam von Ihnen Oh, spielt das eine Rolle? Durchaus Ja, also, mein Name ist Kolesi Vito Kolesi Und so n' Ausweis? Ja Ja Und Sie? Den würd ich einmal gerne sehen Tödlich hab ich n' Ausweis Ich würd auch einmal gern Ihren sehen Also... Na gut Ja Ja Zeigen Sie den einmal bitte Okay Ja, ja, bitteschön Darf ich wieder einsteigen, bitte? Vito Kolesi, ja Ja Check Der Herr ist draußen, ihr braucht nicht mehr auf den Boden Der Herr sofort die Hände hinter den Kopf Aber... Was hab ich denn getan? Bitte tun sie mir nix Oh Gott Und das kommt zu unerwartet Hä? Rack'n'Node Die Schlage ist unter Kontrolle Der Herr ist fixiert Was? Wir wollten eigentlich aussteigen, um auf den Boden, damit der Herr uns nicht mehr trifft, wenn er dann doch anfängt loszuschießen Was? Hat uns hochgenommen mit einer Waffe in seiner Jackentasche und mit einer gezogenen Waffe, welche er durch seine, äh, durch seine, äh, durch seine, äh, auf uns gerichtet hat Das ist alles gelogen Äh, hat er uns entführt Alles gelogen? Ja Irgendjemand anderen hochnehmen Was? Um dessen Geld, äh, zu erpressen Oh mein Gott Das, das, ne Haben wir Ihnen nicht gesagt, besser lassen Ja Monsieur, haben Sie irgendwelche spitzen oder scharfen Gegenstände dabei, an denen wir uns verletzen könnten? Der Herr, zwei Polizisten entführen, war durchaus eine schlechte Idee Machige Machige Information, das war sein zweiter Versuch, das haben wir schonmal bei mir versucht Ey, diesmal bin ich ziemlich weit gekommen In Wiederholung steht er Was? Nein Natürlich Achso Warte, Herr, durchsuchst du ihn? Sag nicht, dass das eine Banane war Nur was Machiges Ja Also in seiner Jackentasche war keine Waffe, das war ein Fernblas In seiner Jackentasche war keine Waffe, das war ein Fernblas Das war eine Banane, Sir Das war ein Fernblas Eine Banane Eine Banane Ich habe Ihnen doch extra ihre Banane voll so abgenommen Ja, ich habe mir neue geholt Im Übrigen, ich habe ihm mal ein Bananenverbot ausgesprochen, weil er versucht hat zu entführen Ja Wir wurden gerade mit einer Banane bedroht Durch die Jackentasche sah das tatsächlich nach einer Pistole aus Ja, ich weiß Der Herr, Sie wissen schon, dass Sie damit Ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen Stellen Sie sich mal vor, Ihre Kollegen hätten uns nicht angehalten Also ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben Wir hätten uns unser Leben zu schützen, auf Sie schießen können Was zur Hölle, ich sagte doch, bleiben Sie einfach ruhig, dann passiert keinem was Wenn wir das für eine scharfe Waffe halten, hätte es passieren können, dass wir Sie über den Haufen schießen Ja, aber warum tun Sie denn sowas? Weil wir von Gefahrenvollzug ausgehen Gefahrenvollzug ausgehen Ich wollte Ihnen doch gar nichts tun, Sir Sie haben so getan, als hätten Sie eine Waffe Ja, okay Aber ich habe auch gesagt, ich möchte Ihnen nichts tun Der Herr hat es bei Ihnen aufstürmer gemacht Positiv Was? Und Sie haben in Ihrem Bereich Bananenverbot ausgesprochen Ich habe das Bananenverbot ausgesprochen Ich habe das Bananenverbot ausgesprochen Ich glaube, den bringen wir nicht in den Knast, ich glaube, den bringen wir zum Arzt, oder? Also, zu einer psychologischen Anweisung Das kann nicht stimmen Was wollten Sie denn? Sie wollten Geld Warum brauchen Sie Geld? Ja Ich Geld brauche, ich bin arm Wofür brauchen Sie denn Geld? Sie haben einen schicken Designeranzug an Ja Und sagen Sie sind arm Ja Wie wäre es mit Arbeiten? Arbeiten? Ja, das habe ich ja versucht Ich habe mich aufgehalten Als Verbrecher haben Sie versucht, arbeiten zu gehen Ich habe Ihnen sogar einmal eine Lizenz ermöglicht Das stimmt, das stimmt Der Lambo oder die zwei Sätze Herr Louis ist echt ein klasse Typ, ich mag ihn sehr Ja, aber Sie können ja nicht Sie können ja nicht Polizisten hochnehmen Ich meine, wie wahrscheinlich wäre das jetzt gewesen? Also, selbst wenn Sie bis unter die Zehennägel bewaffnet wären Alleine 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 Ganz alleine Die Polizisten hochzunehmen ist vielleicht nicht die beste Idee Also Sie sind nicht ein so schlaues Kerlchen Ja Naja Vielleicht nicht der Schlauste, ne Jetzt weiß er sich, wie Herr Portal sich fühlt Ja, scheiße Also Also Ich würde sagen Es ist keinem was passiert Und allen geht's gut Woi Wenn Sie keine Strafe bekommen Und wissen noch Es ist überhaupt nichts gewesen Und Sie haben gerade schon mal versucht Sie versuchen bei jemandem dritten Also No Dieses Mal Sie kommen nicht ohne eine Strafe davon Okay Ja Also Wie sieht denn die Strafe bei sowas aus? Gefängnis Gefängnis? Nee Da muss es eine andere Möglichkeit geben Eine andere Möglichkeit Ja Ja Naja Aber es bestand nie wirklich eine Gefahr Auch bestand es Wie viel Geld besitzen Sie? Nicht so viel Also ich kann Was ist nicht so viel Ich wohne in einem Twingo Was ist nicht so viel Wir wohnen in einem Twingo Ja Weil ich kein Geld für ein Haus habe Wohl finde ich denn Ihren Ausweis? Äh, Hosentasche, hinten rechts Äh, der Äh, der Äh Ja Gucken Sie ruhig Was ist? Oh, ne Nehm nur Ne Ne Am Arsch ran da Ne Nehmt nur den Aufweis Ich hab Handschuhe dabei Moment So Oh 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 Er hält sich nicht so zyperlich an Wenn er an den hinteren von Männern muss Ja Mh 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 Sind hier viele Leute Muss das sein Ah Sie haben gerade zwei Polizisten bedroht Was denken Sie denn Was hier los ist? Bedroht Ach Ja, Sie haben das für eine Waffe ausgegeben Ihre Banane Ja Anders Hätte das ja nicht funktioniert, oder? Ja, somit danke Wie viel Geld haben Sie denn? Aufm Konto, wenn ich fragen darf Ja, nur Kleingeld Sind Sie sicher? Wir nehmen den Herren einfach Also wenn sie nicht im Besitz von Geld sind Sie machen mir einen leicht verwirrten Eindruck Ich bin nicht verwirrt Ja Ach, wie der hat sie? Oh ja, hat jemand auch noch kacke? Ach, schnell ist auch noch kacke Mh Wie gesagt, Wiederholungstäter Wir würden uns schon mal weiterbegeben Weiterfahren Oh ja Ich wünsche jemand Gleichfalls Ja, ja, alles klar Noch kacke Ja Also ich würde sagen Wir nehmen den Herren mit Für gemeinde Zigarren Der kann Hopf gern, oder irgendwas Ja, das kann man machen Ich verkaufe auch Staubsauger Möchten Sie welche? Ne, Staubsauger müssen Sie nicht verkaufen Gehören Sie mit Drücken Ihnen den Besen in die Hand Dann können Sie zeigen, dass Sie das wieder gut machen möchten Ja Ich lade den eben ein, ne? Ja Bitte vorsicht Ja, aber Warte Warte Mh Sonst haben wir aber nichts mit dem Typen, ne? Ne Ich hab uns nur bedroht Wollte irgendwas mit uns anstellen Und dann kam die Rechte Was, Zelle Warte mal Seien Sie froh, dass Sie den Kollegen nichts getan haben Ja, wie denn? Mit Ihrer Banane Ja Seien Sie froh, dass Sie noch leben Und meine Kollegen nicht, ob Sie geschossen haben Aber warum sollten Sie das tun? Ich hab Ihnen noch nichts getan Ja, es sind allerdings alle davon ausgegangen Dass Sie uns gerade mit einer scharfen Waffe bedrohen Ist die Leitstelle im Shot? Wir haben hier ein Typ für gemeinnützige Arbeit Wenn Sie ein bisschen auf den aufpassen würden, dem drücken wir jetzt einen Besen in die Hand Oh Oh Der Hof könnte immer wieder gefickt werden eigentlich Ach, der ist ja riesig Ich hab gedacht, der macht sich nützlich Ja Sie sind noch eine Weile hinter? Ich bin noch einen Moment da, ja Okay Der Typ, der flüttet sich Bananen Um damit irgendwelche Leute zu überfallen Weil der nicht im Besitz von Gelb ist Okay Ich würde sagen, wir entlohnen den natürlich auch ein bisschen für die gemeinnützige Arbeit Ich geb Ihnen hier mal 2000 Dollar Oh Boah Na endlich Hat sich ja doch fast gelaunt Nein, nein, die geb ich nicht Ihnen Oh Sondern die geb ich dem Kollegen Koschinski Was? Wenn Sie in den Hof hier kehren Boah Und das auch wirklich sauber ist Und das ganze Laub vom Boden hier weggekehrt ist Ja Dann kann der Kollege Koschinski Ihnen die 2000 Dollar aushändigen Das entscheidet der aber selber, ob es sauber ist oder nicht Oh je Also schneiden Sie sich von da vorne jetzt ein Besen, fangen Sie an zu schrubben Und dann kriegen Sie die 2000 Dollar, wenn er hier sauber ist Oh Hinter der Ecke steht einer, können Sie direkt anfangen Oh, ach du Scheiße Na ja, check Dann einmal hier den kompletten Parkplatz Von da vorne beim Tor bis Und vorne und hier den großen einmal Ach du Scheiße, das dauert ja ewig Oh Ja, hört sie Wenn Sie schnell sind, dann Ja, zeigen Sie mir, wo ist der Besen Oh, der ja, dann Fangen Sie an Ja, wo ist denn der Besen Da hinter der, hier Kommen Sie mit Ja An der Wand gelehnt ist er Ach so Ja Ja Scheiße, ist der Klein Ja Ja Besseren hat man halt gerade nicht Ja, interessant Und dann können Sie einmal anfangen Oh Gut Oh, das dauert ewig Gut, hier brauchen Sie jetzt nicht, machen Sie einfach hier vorne Ja Die ganzen Parkplätze und dann hat sich das Gut, ich fange am Tor an Jo Oh Oh, ne Scheiße Ja Ja Sieht so weit ganz gut aus, das reicht Oh, sind Sie sicher? Ja Ja, alles gut Ich war noch gar nicht da hinten Aber gut, dass Sie sagen Ey, alles gut, hier vorne passt schon So, und einmal die 2000 Oh, dankeschön Im Besen nehme ich einmal Ja Ja, bitte Das ist gerade ein etwas größerer Einsatz Oh, okay Kann Sie jetzt nicht mitnehmen Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Weiß ich nicht Ich Ich hoff's Wenn nicht Habe ich einen weiten Weg vor mir glaube ich Ja, also, ja Das ist schon ein Stück, das hat dort schon ein Stück Ja Und dann passen Sie auf das Geld auf und machen Sie nicht wieder irgendwelchen Unfug Oh, ich versuch's Ja Aber man muss sagen Diesmal hat es sich wenigstens gelohnt Wow Keinen Abend noch Ja, gleich wird's weiter, auf Wiedersehen Danke, tschüss Danke, tschau